Ja, liebe Utoprene, was macht da der Bauer Aussie? Ich spritze mit der Rückenspritze, Akku-Rückenspritze, meine Sonnenblumen gegen Mehltau. Ich habe da einen Mehltau-Befall wie alle Jahre wieder. Hier sieht man es an den Aufhellungen. Die Blätter und die Unterseite, weisse Mehltau. So, dieses Beet. Und dieses Beet, das so schön im Saft steht, hat das leider auch. Und hier, diese andere Sorte. Ich muss nachher schnell schauen. Das ist eine andere Sorte hier. Die hat nichts zum Glück. Diese Rückenspritze, die Birchmeyer RE-C15. Das kann ich da sehr empfehlen mit dem Akku hier unten. Der hält sehr lange. Und das Spritzen geht wirklich viel einfacher. In kurzer Zeit sehr leistungsfähig. Es erleichtert mir die Arbeit auf dem Blumenfeld, jawohl. Danke, Birchmeyer. Birchmeyer Werbung. Und das ist ein bisschen großartiges Ding. Da ist noch ein bisschen großartiger.